Alter, vor allem, so mittlerweile, wenn du so andere Games zockst, dann wieder Armer. Langsam ist das auch so eine ganze Grafik geworden, irgendwie. Echt? Ich weiß nicht, ich komme mir gerade so vor. Ich meine, es sieht schon fett aus, aber es ist schon so pixeliger. Alter, was ist das? Infistar? Wow, wow, wow. Das ist so ein Ding, ähm. Äh. Das ist das Admin-Tool. Warum kann ich jetzt Infistar reingehen? Weil ich auch so den Tab gedrückt habe. Okay, das ist ominös jetzt auf jeden Fall. Ich könnte jetzt einfach was fettes Herz schießen, so kleine Panzer, so kleine. So, hey, Moment mal, der Admin so, ich dachte, hier gibt's keine Panzer. Alter, der konnte wohl nicht fliegen. Wie steht so ein Flugzeug? Da ist doch einer. Gib ihm. Na ja, tot. Du? Ceo-Tale, ne, der andere. Ab durch die Hecke. Oh, da ist er. Oh, der lebt noch, scheiße. War halt ein Hit kassiert. Kassiert. Ich geh hoch auf den Turm. Mal mit direkt Freunden hier. Oh, 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 oh. Reg dich ab, Mann. Stimmt nicht mit dem. Versteht der kein Spaß, oder was? Total aggressiv. Muss der Krippel. Holy shit, okay, das war nicht der, glaub ich. Alter, was geht hier ab? Kranke Scheiße, Mann. War einer eine Minigun, oder was? Das war der, was ich grad getötet hab. Der hat jetzt einen anderen getötet. Ist der sauer. Aber wer hat denn jetzt grad auf mich geschossen? Fragen über Fragen. Oh, da ist einer. Der looted da drin. Komm, loot im letzten Raum auch noch. Okay, Hit hat er. Nicht mehr und nicht weniger. Aber jetzt kommen zwei, jetzt wird's langsam tricky. Einer ist in dem Haus und einer ist hinter dem Haus. Weißt du, wo der gespawnt ist? Ja, bei Lothar. Wo sonst? Was meinst du, warum es so Disco geht? Da find ich ja wieder meinen guten alten Revolver. Alter, du müsstest das sehen, Mann. Da hinten ist einer, der hockt am Baum. Den würd ich jetzt gern wegnatzen, aber ich weiß ganz genau, dass der im Haus auch über die Wand guckt und mich anvisiert. Boah, ist das mies tricky, Mann. Ich seh so ein bisschen von seinem Kopf, aber ich will nicht wieder daneben schießen. Holy shit, Alter, von wo schießt der Dads Muttergottes, Mann? Oh, mich will einer pushen. Eine kommt bei mir unten rein. Komm hoch, du Ratte. Oh, lol. Wer schießt da? Von wo kommen die Schüsse? Du Ratte, Alter, ich hab dich, du misset, Alter. Ne, ich hab ihn. Zwei Granaten, ihr Kackpratzen. Was wollt ihr jetzt? Holy shit. Was war das? Alter, eine Granate. Von dir? Nein, Mann. Wo bist du? Warte, ich muss erstmal checken, wo du jetzt bist. Da. Du hast was markiert, oder was? Mit F1. Also das Wand, ja. Ah, ich seh dich, okay. Jetzt zwischen uns in dem rechten Gebäude ist einer. Okay. Ich markiere mal, wo ich ihn grad gesehen hab. Ah, okay. Ich hab dem mal ein bisschen Feuer gegeben. Weil er grad auch zufällig auf mich geschossen hat. Da in dem Raum war der auf meiner Seite. Ja. Ich hab nur das Scharfschutzmuse ohne. Hab ihn. Echt? Jo. Bei dir ist einer. Auf der gleichen Ebene, ganz andere Seite. Hier hab ich ihn grad gesehen, ich hab markiert. Ich lenke ihn auf mich. Der ist bei mir im Raum. Kommt raus, kommt raus. Ich bleib beschossen von rechts irgendwo. Fuck. Schön, nice. Bleib drin. Irgendwo rechts wurde ich beschossen. Hat er dich? Nee. Hat irgendjemand gestorben. Alter, ich hab zwar mit meiner dicken Wumme rauffetzen müssen, aber ich das Gehalt hat. Ich geh mal in den Turm weiter. Da kommt einer. Zu mir rein. Der geht in die Baracke. Hier. Ich push ihn. Guck mal da oben von der Tür raus. Mittlere Tür. Hinter der Baracke ist er. Siehst du ihn rechts? Ich push links. Der ist drin. Ich steh nicht. Ich steh nicht. Der ist drin. Hast du ihn? Nein. Nein. Ich glaube, kam keine Killingheit-Message. Hä? Was hat er gemacht? Sie hat sich selbst in die Luft gespringt. Schüsse auf uns. Von unten. Vom Wasser. Ja. Einer down. Lass mal weiter gehen. Ich geh weiter, ja. Semi-auto. Von links. Schüsse. Oben in dem Ding. Gebäude drin. In dem Gebäude. Shit. Ich geb Sperrfeuer. Komm auch in das Haus. Ich hab nen Insta-Doc für dich. Ich kann grad nicht aufstehen. Hab ihn. Gerade oben ist er. Ich komm nach hinten gekrochen. Alter, was geht hier ab? Ja, erstmal nachladen und so. GG. Erstmal nachladen. Fuck, Alter. Das ist dein Waffe, was so krank laut ist, Alter. Ja, Mann. Alter, was hast du für einen Raketenwerfer auf der Schulter, Alter? Krank dich doch, Alter. Alter, will ich noch so nen längeren Scope draufbauen, Alter? Was ist das? Scheiß Haubitze vom Panzer, oder was? Alter, das ist krank, Digger. 200 Schuss-Rounds. Alter, was ist das? Das ist doch das, was normal irgendwie an so nem Stützpunkt fest ist und auf Flugzeuge schießt. Ich hab's doch gesagt, das ist alles fett, Alter. Holy shit, Alter. Ist das die Rheinmetall MG42, oder was? Wie heißt die? Rheinmetall? Ja, Rheinmetall. So sieht's ja auch aus, Alter. Hey, warum kann ich die jetzt nicht kaufen? Da will ich auch die rauslassen. Nein, Alter, ich will M60. Ich will scheiß Rambo sein. Alter, nein, so der Pipi griff da vorne. Ist das dein scheiß M60, Alter? Ich schwör, wenn du schießt, hier bricht's die Schulter und dein linkes Handgelenk. Safe Call, Alter. Alter, schadengeile Wumme rausgelassen. Ja, bei mir gibt's kein Ding. Kein Quizier. Ist okay mit Korn, Alter. Alter, okay, ich will deine, Alter. RIP, Alter. RIP, Alter. RIP, Alter. RIP, Alter. Ich muss meine verkaufen. Warte kurz. Nichts wert, Alter. Alter, hast du dir den pinken Bus geholt? Nee, Alter, hast du dir den pinken Bus geholt? Nein, Alter. Alter, ist ja mega geil. Französisch kennst du. Unlock. Alter, okay, ich bin alles gerade reingelaufen. Ich bin alles gerade reingelaufen. Übrigens. Dramatische Einheit.